Wenn es immer noch ein Grüßchenmüse ist, rufe ich an den Hotline an. Hallo, das ist Horat. Ich brauche ein Sofis. Jawohl. Aha. Ich muss nur den Wetterbericht schreiben und elektrische Brüfe schicken. Könnt ihr das Eich auf mich bestellen? Sauft, nur eins. Adieu, danke schön. Jetzt kann ich den Bericht für die nächste GV auch elektronisch schicken. Egal was, egal wo, Hauptsache im Graeme Micro.